Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Journey Down, The Journey Down. Wir haben in der letzten Episode erkannt, dass hier unten eine Telefonnummer draufsteht, haben in Club Timber angerufen und den Mechaniker angemeldet, damit wir die Glühbirne klauen können, um sie im Endeffekt dann im Leuchtturm einsetzen zu können, wo ich bereits das kleine... wir sehen es uns gleich an, ich erzähle es euch gleich. Ich bin hier, um die Lampe zu reparieren, jetzt wirklich. All right, let's get on with it. Yay! Wir haben die Lampe! Haha! Water wins the match! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann huschen wir mal Richtung Dingerns Leuchtturm und können wir die einfach... Beautiful! Und wie ihr seht, hier drüben habe ich das Schiff hingehangen, weil durch das Licht, was jetzt hier leuchtet, wird, meiner Meinung nach, ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das denke, eine Projektion dieses Geisterschiffs irgendwie in den Nebel hinten gestellt und, äh... Ich hoffe, dass das irgendwas auslöst, was auch immer. Ja, ich bin hier drüben, Wir haben was Gutes getan. Aber sieht man denn jetzt am Horizont das, was ich dachte, dass man sieht? Ich glaube nicht, ne? Wartet mal, lass uns mal hier... Okay, ich dachte, es passiert noch was, deswegen war ich so still. Aber das mit dem Schiff hat nicht funktioniert, oder? Wartet mal, wir gehen nochmal kurz zurück. Eventuell muss ich irgendwas am Dingens justieren. Ich hab doch doppelt geklickt. Irgendwas am Dingens justieren hier oben, damit das Schiff in die Ferne wirft. Muss ich hier Spule? Sie muss eingefettet werden, ne? Ich hab jetzt gar nichts irgendwie Fettendes mit. Das brauchen wir wahrscheinlich aus der Küche oder sowas dann? Wir gehen erstmal wieder. Das ist dann was, was wir wahrscheinlich später machen müssen. Äh, aber wenn hier... Das Hotel. Haben wir im Hotel jetzt die Leute reagiert, oder was war das? Okay, es ist also immer noch geschlossen. Aber was waren denn das hier für Lichter, die hier angegangen sind? Was ist denn da jetzt... Was ist denn da jetzt passiert? Was hat das getriggert? Ich komme ja auch nicht ins Hotel rein als Ort. Ich komme nur dahinter, das ist das. Ich glaube auch nicht, dass ich da hin muss. Ist Lonnie's Ding offen jetzt, oder? Nee. Okay. Das funktioniert also alles immer noch nicht. Wir gehen mal zurück zu den Jungs. Äh, einfach hier ins Arnis rein. Ah. Gimbo Oh, I've had enough of it. Oh, it scares me to the bones it does. You're the biggest sissy I've ever met, Gimbo. But I need you. You're a good sissy. Yeah, come on, Gimbo. This is our big chance. I'll bring lots of food. Lots and lots of food. I'll even make sure we bring some of that horrible pudding you like so much. Pudding? You promise there'll be pudding? Lots of it. Promise. Oh, all right then. Can't go wrong with pudding. Well, that settles it. We'll raise anchor tonight. The next round's on me. So, der Barmann ist weg. Ähm. Was ist denn jetzt mit dem Speiseaufzug? Ich kann hier... Kann ich irgendwas bei der Bar machen? Wegnehmen? Ja, die Bar ist leer. Genau. Ja, aber... Was hab ich denn jetzt hier grad davon? Ich kann ja irgendwas mit dem Speiseaufzug machen. Warte, krieg ich durch den Essensaufzug einfach nach oben. Ich kann hier, wenn Sie hier nicht übersehen. Ich will, wenn Sie auf der Büchstelle gucken müssen. Ich kann hier nicht überkommen. Ich bin ja, die Büchstelle. Ich bin ja, die Bücher in einem Jahrzehnten. Ich bin ja, die Bücher in einem Jahrzehnten. Ja, Angel, in der Unterlande ist kein Geschäft für eine schöne Frau wie dich selbst. Ich habe niemals gefragt, ob dein Tipps auf das Thema. Nur gib mir mein Buch zurück, und du wirst, dass ich recht gut bin, um meine Geschäfts zu tun, ohne dich zu meddeln. Oh, ich glaube, du bist. Aber ich sage dir so viel, Junge, du bist nicht so smart, als du denkst, du bist. Wir hatten unsere Augen auf dich und dein Kass-A-Way-Krug, bevor du sogar aufhörst und aufhörst du dich. Und die Polizei sind nicht nur diejenigen, die auf der Straße auf der Straße. Du bist in einem schlechten Ort, auf einer schlechten Weg, Angel. Turn back. There enough would be adventurous, rotten in the mist as it is. Oh, and you wouldn't have anything to do with that, would you? Don't give me that jive, you cutthroat. If it earned you a nickel, you wouldn't think twice about adding another dead body to your list. Maybe you're right. I'd prefer your body right where I have it. Easy now, Angel. I'm just kidding you for advice. You better forget you heard about the Unlamb real quick, or else you'll be sleeping with the eels before dawn. What the? Buana, what are you doing here? Uh, I... I'm here to rescue you, lady. The lady's free to leave whenever she pleases. You, however, are not as fortunate. No, please, don't hurt him. What's going on here? Yeah, it's Barlow. I caught a little bug snooping around the penthouse suite. I need him taken care of. No, wait! He's Kaunendodo's son. He's what? No, never mind. Just show him to the door. And make sure he stays out. Hey, how do you know Kaunendodo? Hey, what the... Let me go, you... 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 The tall giraffe and the tricky monkey became friends again. And soon, all of the fantastic creatures of the underland were living in peace. Oh, can we go to the underland? Can we please, please, please? Ha, 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 ha. Going to the underland is not that easy, Buana. Aw. One day, when you are old enough, you will have to learn that some monsters are more real than others. One day, Buana, you will have to learn the true, 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 true. Oh, man. My head. Maybe chasing after Lina wasn't such a bright idea after all. That Barlow guy must be up to some bad stuff. I wonder how he's connected to my father. I've got to get to the bottom of this. Someone in this city must know, what happened to Kaonan Dodo. Okay, unser Inventar ist noch voller Sachen. Die Tür ist immer noch zu und hier steht ein Seemann rum. Ich probiere trotzdem mal. This is where that gorilla threw me in the dumpster. Ob wir hier irgendwo jetzt reinkommen? That's the door I was thrown out of after they gave me that beating. I'm not very interested in going back inside. Und was ist jetzt mit Lina? Lassen wir die einfach da? Oder? Hier ist der Zaun. Sag mal, es ist der... Okay, ich wollte nur gucken, ob Keto da noch ist. Ähm, hier ist sonst nichts Neues. In die Bar gehen wir auch gleich nochmal gucken. Das Poster ist auch nur das Gleiche. Wir quatschen einfach mal, glaube ich, den Seemann voll. Ja, so ähnlich war's. Ähm, gehen wir mal hier ins Anis gucken, Oli. Ja, look who's back. The night is shining on. You rescue your princess yet? I tried. But I wound it up in a dumpster with nothing but a beating and a bad headache. That woman is mixed up in some real bad stuff. So you ain't gonna help her no more? I'm pretty sure she won't be needing my help. I'm done chasing after her. I've got a new lead now. Hahaha, like getting drunk? That's usually what a fella does around here after he gives up on a lady. No, I got a lead on my old man. He disappeared a couple years ago up in St. Armando. Haven't heard a word from him since. But now I know he's been through here. Someone here in Port Atchoo has got to know where he went. What's his name? Also müssen wir viele Leute anquatschen im Endeffekt. Die Flasche nehmen wir mal mit. Wozu auch immer wir die gebrauchen können. Können wir denen noch einschweren? Hey, are you awake? Yeah, they're efficient drinkers, mister. These poor fellas had to run in with the Sisulu. The Sisulus? You mean the pirates? Yes, sir. There's some bad news, those Sisulus. Some real bad news. A ruthless, bloodthirsty bunch they are. Apparently they've been pillaging to the left and to the right ever since the lighthouse was broken. Good thing it's finally working again. So now the ships can start finding their way back in the port. But by the time these fellas came back, they were broken men. Yeah, a lot of emotions had to be processed after a terrifying event like that. Three bottles of emotion. To be more precise. Maybe I should just leave these fellas alone. Okay, irgendwas muss man bestimmt noch mit diesem Radio hier auslösen. Ähm, aber ich weiß noch nicht was. Deswegen gehen wir erst mal. Ah. Look who's back. Oh, hi lady. Können wir die Lady mal ansprechen? Ah. Ah. Na dann, lass uns mal reingehen. Whoa, what is this place? This is the mayor's office. You're the mayor of Port Archu? No, silly. I am his secretary. I manage his appointments, meetings, and weekly schedules. I take his calls, mail his letters, file his documents, run his errands, and sort his cigars. Cool. Ah, this job is a real drag, and the pay is lousy. Honestly, I just want to get out of this place. I wish I was up in St. Armando. Now that is a city with a heart and a soul. So what is your name, Mr. Riman? I'm Andiswa, but my friends call me Andy. I'm Buana. Pleasure meeting you, Buana. I would socialize, but I've got a ton of work left to do tonight. Warum hat sie uns dann hier gerade reingelassen, wenn sie nicht mit uns reden will? Aber gucken wir uns mal um einen Feuerlöscher. Können wir... Kann ich hier nicht losdingsen? Oder damit? Okay, also müssen wir irgendwie einen Notfall auslösen oder einen Notfallknopf drücken. Wahrscheinlich hier, ne? Alarm. Ich denke, wir müssen die Tante ablenken und mit den Feuerzeugen dann hier den Alarm auslösen oder sowas. Aber gucken wir uns erstmal weiter um. Port Archer Leuchtturm. Hey, ich weiß das, Bliss. Es ist Mortans Lichthaus. Ja, es ist ein guter Ding, dass jemand es endlich fixiert hat. Als das Lichthaus wurde sabotagiert, hat die ganze Stadt einfach so ein bisschen stoppt. Es war beginnt zu machen, dass alle hier ein bisschen creepiert sind. Das ist die Train Station. Ja, es connects Port Artoo zu St. Armandl. Da used to be rails going downwards, too, but they are all out of service now. Der Harbour. Das ist wo wir erst mit dem Beekle. Looks like some kind of Harbour Maintenance thing. Oh, that is the MacFerrin Eel Rinse Distillery. It used to be a source of a lot of pride here in Port Artoo before it was shut down. Now all Eel Rinse is distilled up in St. Armando. May I lost the contract to them? As usual. Ah, that's too bad for him. For him? No way. He probably got a nice fat bonus. It is too bad for Port Artoo. We lose jobs and money for every new stupid deal he signs. It's Club Demba. Smack dab on Main Street. Yeah, all of Port Artoo sort of revolves around that joint. That is where all the money is. So, that is where everyone wants to be. It's a cemetery, I think. Yes, that cemetery is where we will all end up someday, I guess. Gosh, how depressing is that? Get born here in the dark, live here in the dark, and then die and forever rest here in the dark. It just reminds me of how much I want to get out of here. It's a cross. That is the Port Artoo Hospital. It has got pretty decent service, actually, if you can afford it. Rich folks go there, but most other folks just suck it up. What's this weird thing? Oh, that is Enola's house of butterflies. It is pretty much the only point of light in this depressing town. What's a house of butterflies? She does butterfly therapy there. It is amazing stuff. Can bring you right out of that gloomy Port Artoo mood in just a couple of minutes. Come to think of it, it's pretty similar to that horrible booze the misters are always drinking. Except you miss out on the hangover, of course. And it's no good for passing out, either. I guess that's why the misters prefer the bottle. It's the jail. I'm just gonna stay as far away from that place as possible, I think. That sounds like a very good plan, Juana. It's some kind of factory area, I think. That's right. That is where you will find most of Port Arto's industries. The old mines, power plants, the ironworks, those kinds of things. Okay, ich hoffe, dass wir nicht alle Plätze wegen irgendwas abwimmeln müssen oder so. Denn das sieht nach viel, viel Arbeit aus. Was haben wir denn noch hier? Karte, Zigarrenkiste? Wenn die da so rumstehen, kann ich da nicht irgendwas machen? Kann ich die einfach anzünden oder so? Okay, okay, dann sind die nur so zum Angucken, da. Ähm, kann ich ihr das geben, weil das so ein schönes Bild ist? Hey, check this out! Right now. Wow. Ahem, ahem, alarm? Los, alarm. Hey, hey, what are you doing? I'm, uh, just testing the smoke detector. Come on, turn it off. Äh, just push the button on the side, will you? Thanks. Da können wir uns jetzt heimlich den Feuerlöscher schnappen. Gut, das hat ja gut geklappt. Ich hatte nicht gewusst, dass sie sich wegdreht. Ich habe gedacht, wir müssen sie erst irgendwie weglocken oder so. Ah, liebe Leute, ich sehe gerade, dass mein Timer gerade am Auslaufen ist. Genauso wie das Schiff, mit dem Andy bald die Stadt verlassen wird. Ähm, und ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt eine kleine Aufnahmepause und gucken dann uns weiter ein bisschen im Bürgermeisterbüro um und was sich noch so alles in der Stadt verändert hat, seitdem wir in einer Mülltonne gelandet sind. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Let's Play The Journey Down. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.